Jo Leute, Herzlich Willkommen zur nächsten Folge Let's Play Minecraft Fiete Beast Ultimate mit dabei ist natürlich wieder mal der Pit Moin und ich würde sagen warum jetzt erstmal gut Rohstoff und ich muss mal kurz noch den Sound auf 15 Prozent stellen das Iron ich will Iron soll ich doch mehr Turtles machen oder das reicht fürs Erste, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Stromversorgung machen Leck, so jetzt Leck Komio, wir haben viel zu viel Cobblestone First World Props Achja immer diese First World Problems aber richtig krass, ey Boah immer dieses First World Problem, dass ich dieses Ach, du hast die eine Turtle gerade abgebaut Nö Du hast in eine andere Richtung geschickt Nö Das war krass Das war krass Manchmal verpackt Mir schon oft passiert und ich dachte, du warst so fuhr Ach, was da los, bei der Menschen Oh, das ist doch Aber die hat Kopper gefunden, finde ich gut Oh, lol Ich will nicht sagen, aber ich hab, na Oh, hier lieber mal zu Was hast du? Ja, da war es im Verkübe, das waren so ich Ich hab gerade unser Koppelzimmer mal ein bisschen verbraten, um dazu zu bauen, so ganz Professionell So Okay Da haben wir den Ah, wir haben die Eigentlich sind die sind echt sau Kohle Brauchen eigentlich sau wenig Kohle Ja, ist auch so Glücklicherweise Ähm Ich guck mal, was wir alles für meinen Makarator brauchen Mein Movement ist wieder Boah Ich glaub, Messerator können wir schon bauen Ja, glaub ich auch Außer wir haben zu wenig Flint Aber notfalls haben wir noch Notfalls können wir noch Ja, wir brauchen vier Flint Einen Maschinenblock Und einen Advanced Circle Das heißt, wir müssen erstmal in den Nether Für Glowstone Stimmt, aber Aber wir haben Aber wir haben genug Diamanten Also wir haben noch locker drei Diamanten übrig Wenn wir jetzt noch noch Diamond Pickaxe für Oder wir gießen das Portal Also ich kümmere mich diese Folge mir jetzt mal einfach Ihr um Ja, ich kümmere mich weiter um Rohstoffe Du kannst mich noch um die Diamond Pickaxe und das Nether Portal kümmern Ja, ich kümmere mich um den Messerator Und am besten ist, wenn wir das meiste Zeug jetzt schon im Electric Furnace machen Ja, mach ich auch schon Und dann halt irgendwann den Generator mal wieder neu mit 10 Kohle bespeisen Ja, die hatte ich doch gerade eben Unabsichtig Ja, da haben wir es doch schon Mein Gott, wäre auch immer mehr offen Weißgelädter auch noch Und her Ja So, jetzt Ob sie hier anfangen Spannooo Ach ja Das ist doch immer spannend So spannend So spannend, dass sie währenddessen noch in Facebook bin Aber da ist grad echt nix interessantes So wie immer So wie immer So, ich hab schon zwei ganze Obsidian Boah, ich hab grad fast die Ege-Dude, dann sind wir total geöffnet Wann bist du hart? Ja, ich glaub, du musst die auch abbauen Diese 15 Sekunden, die hätten dein Leben so beeinflusst Hier sind Charts, soll ich die abbauen? Ja, nimm mit den Charts Nimm mit den Charts Oh, ha, ha, ha Nur Witz Kleiner Freestyle Ja, dir gefällt zur Zeit das Wort Freestyle, ne? Ja, ich will ja nicht sagen, dass ich von einem YouTuber namens Marcel Skorpion abgeguckt habe He Hab ich aber Oh Jetzt kommt die ganz krassen Geschichten ans Tageslicht, ne? Ja, die harten Storys, Mann Och ja, Obsidian Form, du Das ist aber was bei ihr, ey Das ist, das brauchen wir jetzt eigentlich Ich werf jetzt mal Ich werf diese Holz... nein, ich werf dieses Quarzkristall weg Dieses Cinnabar Ohr Drei Blöcke noch zusammen zu schafft Und Amber, oh mein Gott Amber ist so imber, das darf man eigentlich nicht wegwerfen Achja, die gute alte Zeiten Die alten Alten, die Devilszeiten Ich werd mir auf jeden Fall mal in die Stadt ziehen, sobald ich wieder Schule habe und mir eine billige Webcam besorgen Echt? Machste? Und teste dann mal meine Vegas-Skills aus Und schneidest da irgendwie rein Oh Oh, ganz rein vorne immer hier Hm... Noch ein Mexirurium, das man wegwerfen kann Nein, der Amber, das tut mir jetzt so weh, den wegzuwerfen Rotten Flash kann ich noch wegwerfen Das kann ich noch wegwerfen Okay Zubati? Zubati Ey, das ist vielleicht GEMA und so Hast angeguckt? Meinst du? Ja Dieses eine Wahl, was das da mitmacht Ist doch so Achja Pummel-Luft-Style Scheiße Ey, wenn du dich dran denk, packe ich den Link unten in die Beschreibung Oh Gott Da könnt ihr euch richtig schön den Ohrenkrebs holen Den gibt's ja gratis Scheiße Die harten Insider-Stories Creeper Hallo Ja, das Lava Warum haben wir gar keinen so'n Zeug Ja, der Creeper geht den loben Ah doch, wir haben 8 Flink, Leute Oh mein Gott, das war ein Creeper Jolo Oh mein Gott Aufgeblinkt Oh mein Gott Gosh Aufgeblitzt Nein, nicht mehr dagegen, gönne ich mir mal kurz den Chatverlauf Oh Äh, Pixel Ja Leck das Server grad' bisschen Bin grad in Nether gegangen Vielleicht lässt's da Ja, vielleicht liegt's daran, dass er grad neue Nether erstellt, ja Das leuchtet mir ein Ja, können It's possible, but I don't know Ob er's true hat, ne? Weiß Bescheid True True or not true Legit War grad 2 Oh, scheiße, jetzt kann ich's nicht Ob ich jetzt grad so richtig kacke rüberbringen können, aber So richtig scheiße Guide in the comments Naja, früher war YouTube auf jeden Fall geiler Klar, die Community wurde relativ scheiße auf YouTube Ja, und die ganzen alten Designs Ich erinnere mich noch Ich hatte mal einen aktiven Kanal auf dem ganz alten Design Wo man dann auch noch entscheiden konnte, wo welcher Banner hinkommt und so Und da gab's auch schon bei Titi und da waren die auch schon sauerfolgreich Du meinst den Kanal? Ja, genau den Ja, Insider halt, ne? Ja, aber Also trotzdem Ich mein, das war noch Ich war da ja aktiv Und das ist eigentlich gar nicht so lang her, wenn man sich das mal überlegt Ja, ach, ne? Da war ich jetzt noch jünger, aber trotzdem Ach ja, die guten alten Zeiten Ja Hier ist so viel Lava Ich bau die jetzt mal zu Oh, ich hab hier gleich mal ein bisschen Gloucester Ich hab grad grad gedacht, du tust dir grad, du tust grad ne Claymore platzieren Ja, ich plant grad ne Claymore Die ist A lang Bin grad hier auf der MyPyRise Auf A lang bringt der ne Claymore nix, wenn der Asport Lol, da hinten ist direkt ne netter Festung Läuft bei uns Läuft bei uns hart Wir haben gewonnen Hart an der Grenzen Hart an der Grenzen Oh, klar, ich bist der Frame-Drop, gerade in kurz Frame-Drop Du bist hier drückt, du Wenn das Frame-Dropchen Kannst du sogar lutschen, ne? Ha! Mikrofon muted Da hab ich auch eine Wolle oder alles Kerlge Arrrr, ich bin ein Anad-Pirat Arrrr, ich bin ein Anad-Pirat So Irgendwann muss ich die Query hier immer noch lernen Na, Turtle! Oh, davon Komm, Pixel, wir schreiben das Buch, Frauen verstehen Sollen wir? Ne, lieber nicht Ich glaub, da kommt ne Scheiße raus Ich versteh's auch nicht Naja, bis jetzt hab ich noch Fast gar keinen Plan davon So ner Scheiße, Alter Ich hab leider jetzt zu viel Plan davon Du weißt, wie's läuft Und dann? Ist echt stressig Hoffentlich hört man grad, wie ich richtig geil auf meiner Tastatur Die kaputte Space-Taste spame Ich hör's Hm So Wir könnten über aktuelle Geschehnisse sprechen Die dann, wenn die Folge auf meinem Kanal online kommt, gar nicht mehr aktuell sind Krass, das wär übelst für das, man Krass Wär richtig Hardcore So, was wollten wir da? Oh, ich brauch da sogar 6 Copper Cable Nein, der Boss ist Mal eben kurz Ey, das ist die Cobblestone, Gravel und Erdekiste und da ist Weed Grün Xyrorium in die Marble drin Boah, da ist ne der Portal macht so hieslige Geräusche, man Aber echt Hieslig Warum zur Hölle? Höhe, Hölle, Höhe Hä, warum kann ich da... Kann ich über meinen eigenen Wissen lachen? Okay, ne, ne, ich kann mich halten Ich glaub, in der Folge pack ich Dementorator nicht mehr, obwohl... Ah, kann ich die doch raus, Leute? Aber wir können direkt danach noch eine aufnehmen Ja, wer hätt's gedacht So, was wollte ich machen? Ich hab übrigens Flint, falls du welches brauchst Ne Aber danke, die Nachfrage Ja, machen wir uns auf die Schocken um... Das braucht man nämlich für den Makarator Ja, vier Stück Ich weiß noch, als... Wer war das? Irgend so'n random auf den Server gekommen ist Irgend so'n random Ich glaub, der hieß Luca Ja, das ist kein random Und... Er gemeint hat, dass seine Kollegen sagen, dass es Makarator ist Haha, ich hab's so gefeiert Nein, der hat seine Kollegen damit verarscht Echt? Ja Trotzdem, ist doch trotzdem witzig Da war so voll das fiete Biest hoch an deiner Schule Alter Hast du noch Eisen, Ingetz? Ja, fünf Dann gib mir mal drei Auf... aufm Boden geklatscht Ah Wir machen uns auf die Socken, um die Party zu krocken Zu party, zu party Makarator, Baby Ja, komm Wo bist du denn planten? Ich weiß es nicht Hast du noch ein Gobert Gable? Liegende Oh, das ist aber geil Werde Wir machen uns auf die Socken Ach, ich verschwende jetzt mal wieder ein Kohlestück, nur um ein Eisen zu brennen Oh, krass So, und... Ich würd sagen, jetzt ist die Folge auch schon zu Ende Laut meinem Gehirn Oh, oh Oh, die Angabe kann nur falsch sein, ne? Oh, ja Ja, komm, ab Moderation Ja, klar Ich bedanke mich fürs Zuschauen Schaut auf jeden Fall bei Mezzo Pit vorbei Schaut auf jeden Fall bei Crapex Place vorbei Na klar, links in der Beschreibung Und, jo, falls ihr die Folge geil fallen habt, natürlich Daumen hoch Und falls nicht, natürlich auch Daumen hoch Falls es euch nicht gefallen hat, auch einen Daumen hoch, aber mit Begründung Ja, aber mit Begründung, okay Das war's, ciao Leute Ciao